Hey und willkommen zu einer weiteren Folge Minekraft Aura PvP in der klassischen Runde Variante wie auch immer. Das heißt, ich kann die Leute hier wegklatschen und nichts passiert mit der Welt. Ich würde sagen, wir gehen einfach direkt mal zu meinem Häuschen. Ich glaube nämlich, da wartet schon der eine oder andere. Ja, ich höre sie schon. Nein, du bleibst hier. Ach man, ich hätte hier alles offener machen sollen, dann hätte ich den jetzt rausklatschen können. Nein! Als ob, Alter, was hast du denn? Der kommt mir so geistig verwirrt vor der Typ. Oh Gott. Nein, flieg raus, bitte! Und er isst was. Alter, der macht... Was... was tust du? Das sind zu viele Zäune gewesen, Manuel. Das war ein Fehler. Okay, der kommt mir wirklich... Den sollte ich gar nicht runterschubsen. Ich glaube, von dem die Items zu kriegen, ist mal sowas von einfach. Komm, guckt euch den mal an. Was macht er denn? Scheiße. Komm und... Einmal... Ich glaube, echt einmal runterkicken und die ist tot oder eher wie auch immer. Der ist so verwirrt. Ey, was hast du für ein Glück? Ich bringe mich gleich um. Oh! 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 Das hat er nicht getan! Wohin rennt er? Bitte in die Arena. Okay. Jetzt wirft er einfach nur noch Enderperlen. Ach, Mann. Ja. Genau. Ja, schlag mich, Alter. War ein Klon von mir. Okay. Den... Den merke ich mir. Den werde ich mir jetzt echt... Vorknüpfen. Am liebsten wäre ich mit dem in einem Raum. Sodass der... Einfach nur von mir kaputtgeschlagen werden kann. Das wäre das Beste. Aber er vergisst nichts zu essen. Das ist doch schon mal was. Ja, er ist tot. Also wenn er das überlebt, dann... Weiß ich nicht. Ja. Das war so klar, ey. Einmal erwischen. Oh, da ist der Klon. Und der ist einfach futsch. Komm mit mir mit, mein Klon. Bitte. Nein! Oh nein! Der Klon, er will mich. Hilfe! Komm in die Arena. Bitte, Klon. Bitte! Ja! Er hört auf mich. Nein! Greif mich nicht an! Als ob du wieder zurück... Ich wollte schon sagen. Und? Komm, komm, komm. Ich wollte dich eigentlich da reinschubsen. Als ob. Als opi, opi. Ey, als opi, opi. Oh Mann. Ach, Scheiße. Da ist er einfach gestorbt. Das war knapp. Ich hätte aber echt gerne mal langsam Items. Das wäre toll. Ja, ich hänge. Ja, geil. Geil. Erstmal drin rumgebackt. Und tschüss. Ich bin weg. Ich kann... Ich kann auch wegrennen. Genau wie du. Und, und... Ach, Shit. Ja, fuck. Das war... Das war knapp. Nein! Huh? Ah, ich hab's überlebt. Willst du mich verarschen, Spiel? Ich wollte schon sagen. Das... Tave. Okay. Aber mir geht's gut. Das war wirklich... Unfassbar merkwürdig. Hallo? Ach, komm, weißt du was? Ich nutz mal was. Na? Kannst du da mal bitte rauskommen? Ey. Bist du eine Nervensäge? Was war das denn? Das hat für mich so Chris, ey. Hat denn irgendwie ein Knockback 5000, oder? Ich komme mir das gerade nur so vor. Ich hab das Gefühl... Oh, ich hab gleich keine Enderpearls mehr. Deswegen soll ich den eigentlich mal nicht... Nein! Runterschubsen! Bitte nicht! Bitte! Nein! Ach, Mann! Das ist so dumm. Jetzt hab ich hier alle getötet. Und hab keine Items mehr. Oh, da leben ja noch voll viele. Oh, da sind sie. Aber fehlt da nicht einer? Ich glaube schon. Eine Person müsste fehlen. Schubst mal einen hierhin zu mir, bitte. Ach, komm! Okay, der ist tot. Nee, der hat's überlebt. Der hat's mit Sicherheit überlebt. Ach, verdammt. Ui! Alter, wie man da immer erwartet, gleich zu sterben. Weil's einfach nicht ankommt, die Scheiße. Da, geh doch zu den... Alter, die sind mitten am Rand. Nutzt es doch. Ach, so ne Kacke. Wisst ihr da, Leute? Sowas hasse ich. Da krieg ich echt... Da stehe ich echt nass. Sollte nicht so... ...extrem mit meinen... ...Enderpearls umgehen, weil ich... ...echt keinen mehr besitze. Da ist doch einer am Rand. Und da oben kämmt einer. Ja, okay. Und... Nice. Er hat auf jeden Fall... ...einiges an Schaden bekommen. Und jetzt wieder... Na, komm da her. Oh, ja! Er ist tot. Hat der hier schon die ganze Zeit gekämmt? Weiß ich nicht. Aber da ist auf jeden Fall einer. So, ich komm runter. Ich komm mal runter. Den anderen hole ich mir gleich. Der kann sich mal ausruhen, der Typ. Ach, scheiße. Kannst du mir mal bitte Enderpearls geben? Das wäre richtig nett. Bitte, verreck. Was macht er denn da? Ah, er kommt. Ah, toll. Den wollte ich gerade runterkicken. Nein! Als ob jetzt beide sterbt. Ne, der eine hat es überlegt. Ah. Okay. Ich wollte schon sagen. Weil der wäre schon längst gestorben. Außer der hat irgendwie noch unten einen Goldapfel oder so gefressen, um länger zu überleben. Ja! Na, er überlebt's. Er überlebt's, aber... Und... Oh, nice! Ja! Sie kam nicht mehr an! Er hat Schaden im Ende bekommen. In den unendlichsten Weiten des Universums. Hey, cool. Was ist denn hier für eine Party? Ist das eine TNT-Party? Das wäre toll. Die mag ich nämlich. Boah. Alter. Ja, da haben wir direkt mal aufgeräumt. Zack. Oh, mein Stick ist gar nicht da, wo er sein soll. Oh, genauso wenig wie meine Enderpearls. Wow. Da springe ich einmal was weg. Und dann schaffe ich's nicht mal, das richtig zu machen, weil ich so schwach bin. Habe ich sonst noch irgendwas Tolles? Eigentlich nicht, ne? Ah, verdammt, ey. Aber ihr merkt schon, jetzt kann wieder jeder ganze Boden und so zerstört werden. Ach, verdammt. Nein, ich hab ihn sogar noch weggeschubst davor. Oh, oh! Au! Da hab ich ihn reingeschubst. Das war eine Wombo-Kombe des Todes. Ach, guck mal, wer ist denn da? Ey, ey. Och, nein. Jetzt gehen die alle auf den. Der arme Fritz. Ich geh jetzt nur noch auf Rot, ey. Rot kann mich am Arsch lecken. Ich mag die Farbe zwar, aber... Die Spieler find ich gerade ätzend. Hab ich denn noch irgendwie... Ich hab nur Scheiße, ey. Bringt das was? Ja, er ist da oben. Ach, fuck. Und... Genau. Ja, klar. Ja, komm. Komm, multiplizieren wir den Stern nochmal... Mal tausend. Scheiße. Okay. Lol, wieso mir alle hinterher rennen? Esel! Nein! Komm, Grau. Helf mir. Alter, was? Was machen die denn? Aber wir sind die einzigen beiden... Vollständigen Teams. Grau und... Und Rot. Oh! Oh! Das könnte sein Ende sein. Ist er tot? Ne, schaut nicht so. Leider nicht. Oh. Der vielleicht? Ne. Ach, komm. Weißt du, der Baum... Da kann man sich so einfach reinwerfen. Oh! War ich das jetzt? Oder war das... Hab ich den von da oben getroffen? Das war ja richtig komisch. Das war echt... Ziemlich einzigartig. Und... Na, shit. Ich bin... Oh, ich bin wieder normal schnell. Oh! Ich dachte schon. Und... Ja, der Türkise hat einiges abbekommen. Und er ist tot. Hier. Oh nein. Was? Oh nein, ich bin selber im... Ach, im TNT. Das war ziemlich knapp. Guten Tag. Na, wie geht's euch? Oder dir? Weißt du, ihr könnt mir gar nichts. Rot ist immer noch am Leben. Na, toll. Na, komm. Trau dich. Oder geht's dir auch nicht mehr so gut? Hä? Oh, nee. Und er rettet sich. Hilfe! Er warf mich an! Oh! Okay. Okay. Das war so knapp. Ach, du Scheiße. Scheiße. Ah, doch, doch, doch. Er muss sich retten. Wieder ein paar Enderperlen verworfen. Nice. Aber er hat's... Er hat's geschafft. Und verdammt, das reicht nicht. Mann! Da stimmt einfach keiner von. Wir sind alle so crazy. Nein, bitte. Bitte. Nein. Sekunde. Kurz mal was esen. Ja, hör auf. Ja, mir geht's gut. Ihr braucht gar nicht auf mich gehen. Alles okay bei mir. Okay, nicht mehr lange. Das war wahrscheinlich ein bisschen dumm. Oh, das ist mein Mate. Ja, komm. Ey, wie oft soll ich mich denn noch retten? Und es kommt nicht. Es kommt an. Es kommt an. Ich muss bei mir oben ein bisschen campen. Ich muss echt regenerieren. Und ein roter ist auch tot. Wir sind alle alleine. Keiner hat mehr ein Team. Kurz was essen und dann komm ich. Ich war aber auch ziemlich am Limit, Leute. Das können wir glauben. Wenn nicht, spult nochmal zurück. Alter, was ist das denn für eine Arena des Todes? Wie krass. Vor allem ist da einfach Lava. Das heißt, oh, wenn wir das freiräumen. Also frei ballern. Dann kriegen die alle Lavaschaden. Ist er? Nein, er ist. Er konnte fliehen. Jetzt sind alle hier weg. Der Rote müsste aber echt bald tot sein. Ah, cool. Ey, richtig geil. Props an das Bautheam. Das ist auf jeden Fall eine richtig coole Idee. Okay, ich kriege hier Schaden. Ich wollte keine Enderperle mehr werfen. Und hab's geschafft. Alter. Ist das rot? Ja, das ist rot. Und rot müsste fast tot sein. Und er ist nicht tot. Scheiße. Davon stirbt aber auch keiner. Guckt euch das mal an. Wie krass. Keiner davon stirbt. Oh, okay. Den hätte ich vielleicht kriegen können. Tschüss. Ach nee. Ah, lol. Guck doch hinter dir. Oh. Wollte ich gar nicht. Okay. Der ist tot. Der ist bestimmt tot. Oder? Der hat's auch überlebt. Alter, ihr seid echt... Ihr seid echt nice. Oh, fuck. Ja, ich bin tot. Ja. Vor allem hat's da noch... Lol. Es hat auch einfach noch geleckt. Habt ihr das gesehen? Wie... Wie spät die Enderperlen losgeworfen wurden? Ich hoffe, man hat meinen Klicken gehört. Ja, das ist natürlich jetzt eine tolle Sache, dass ich gar keine Enderperlen mehr habe. Ich muss jetzt hier stehen bleiben. Was soll ich tun? Oh, shit. Okay, treff mich einmal. Ich bin tot. Treff mich einmal richtig. Ich bin echt tot. Oder? Ich springe einfach selber runter. Geil. Ach, Mann. Ey, das waren mit die besten Gegner, die ich jemals hatte. Scheiße. Hätte ich mal ein paar mehr Enderperlen gehabt. Verdammt. Aber okay. Ich würde sagen, bewertet den Bart und wir sehen uns bald wieder. Tschüss, Leute. Bis dann. Oh. Der Grüne hat gewonnen. Hä? Der ist einfach gestorben, oder was? Ja, der brannte wahrscheinlich. Egal. Tschüss.